Die ganze Scheiße ist vorbei Die ganze Scheiße ist vorbei Der Volk ist frei, was soll sie sein Die ganze Scheiße ist frei, was soll sie sein Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 The 1. FC Zsarbrücken Ultras maintain a long-standing friendship since 1998 with the Ultras of the French club Nancy. They also had friendly relations with fans of Fortuna Dusseldorf. 1. FC Kaiserslaut und 1. FC Hamburg are considered to be the biggest rivals. More recently, rivalries with Eintracht Trier and SV Elversberg have also developed. The club has numerous supporter groups, Verageste, meaning East Stand in French, Bois, SC95, Nordsarjugend, Clique Kanai, and Lyon Pazzo, with around 200-300 people standing in the Ultras section for matches. In celebration of the club's 110th birthday on November 8, 2014, the supporters created a huge Tifo display. And now have fun with the fan chants. 1. FC Kaiserslaut und VIII 2. FC Kaiserslaut und 1. FC Kaiserslaut und 1. FC BRO Musik 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 La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Oh, 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 oh. Und beim Fußball, komm an den 10 Versilust, ein 10 Mal ha lease, die Bombolein corporate sieht. Immer kommen wir vegan und de're fucking insane. Auch im Settingzeit, stehen wir hier immer mal. Und beim Fußball, komm an den 10 Versilust. ı a ja v u only dass Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020